Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und wenn Bella Moral-Leute sterben, kann man sie nicht ersetzen? Nein. Und zusätzlich versuchen die Bauern und Bürger nur zu überleben. Die wollen nicht kämpfen. Wir brauchen frisches Blut. Richtige Krieger. Wieso fragt ihr nicht einfach die Legenden? Wir haben es versucht. Keiner von den Abuelos will kämpfen. Ein paar sollen sogar Castillo unterstützen. Da irrst du dich. Also, ich sehe keinen von ihnen kämpfen. Ich arbeite dran. Also, woher haben die Bauern denn jetzt einen Hubschrauber? Sie haben ihn aus Teilen von Abgeschossenen zusammengesetzt. Pinger. Diese Bauern sind zu 100% auf unserer Seite. Und die anderen Bauern nicht? Manche schon. Manche halten zu Castillo. Denkst du, wir können sie auf unsere Seite ziehen? Wir werden sie bravo. Das ist der Einzige Weg, Vivian. Das ist der Nose. Vamos. Das ist der Einzige Weg, Vivian. War noch nicht fertig. Wir werden sie brauchen. Das ist der Einzige Weg, wie wir El Este befreien können. Vielleicht werden sie uns unterstützen, wenn sie hören, dass Libertad mit uns kämpft. Du bist gute Propaganda, Dani. Das ist zu La Morale, oder? Die Läne hat mich angefunkt. Du willst zu diesem Boot? So ist das. Schau, komm rein. Komm rein. Ich heiße Karl Liegstum. Dani. Ich werde unterm Radar fliegen. Ich bringe dich so weit ran, wie es geht. Du hast fliegen gelernt. Ich hatte meine Grundausbildung als Pilot vor ein paar Jahren. Ich bin rausgeflogen, weil ich zu einem Hauptmann Scheißefresser gesagt habe. Ich bin bei den Bodentruppen rausgeflogen. Wie sich rausgestellt hat, wird ein Sargento nicht gerne in den Hals geboxt. Gut zu wissen. Ich habe dich noch nie gesehen. Vielleicht wann bist du bei La Morale? Ha. Moment mal. Mir wurde gesagt, du gehörst zu La Morale. Diese Operation ist ein Gefallen. Ich bin von Libertad. Was kannst du mir über La Morale sagen? Ich bin von Libertad. Kennst du dieses Dorf? Sie nennen es mal Dito. Ist das wirklich so? Ja. Hat irgendein Spanier 1400 irgendwann so benannt. Vor ein paar Monaten hat Admiral Benitez das Angeln für illegal erklärt. Die Leute haben protestiert. Benitez hat die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Morale? Sie spüren jeden einzelnen Soldat auf, der die Hinrichtungen ausgeführt hat. Und ich meine nicht im Geria-Dschungel-Auflauer-Kram-Sinne. Die haben die nach Hause verfolgt. Und ihnen die Kähne durchgeschnitten, während ihre Familien schliefen. Wie in Assassin's Creed. Diese Leute sind schlau, organisiert und kaltblütig. Klingt so, ja. Das ist der Schaupass. Wir beobachten alle Militärkonvois, die hier langkommen. Und erstatten La Morale Bericht. Klingt nach einer straffen Organisation. Die wissen, was sie tun. Yelena ist besser organisiert als das Militär. La Morale steht hinter uns. Als Admiral Benitez anfing, gegen unsere Familien vorzugehen, ging La Morale gegen sie vor. Sie haben jeden Soldat getötet, der es gewagt hat, unser Land zu betreten. Weil darauf kam keine mehr. Das ist das Schiff. Weiter kriege ich dich nicht ran. Das ist super. Gracias, mi amigo. Dann wünsche ich dir viel Glück. Das ist das Schiff. Das ist das Schiff. Das ist das Schiff. Das ist das Schiff. Ich bin hier, ich bin hier. Oh je, hilf mir! Meine Scheiße! Sanate! Du bist da draußen, Jena! Wir laufen, Jena! Es gibt bestimmt die Luft aus! Schnappm! Brauch! Die St制! Die Lam! Die St制! Die Haare you! Die Haare you! Die Haare geht! Die aufhörer! Hey! Hinten! Was ist das? 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 Ich weiß? Was? Was ist das? 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 Wir machen das in Gerias-style Jede Strecke ist mit Signalfackeln markiert die du durch fahren musst. Versuch die Bestzeit zu schlagen. Bist du dabei? Scheiße ich bin dabei. Das hast du schön gesagt. Ich mag dich jetzt schon. Viel Glück. Bis zum nächsten Mal.